Leute, ihr wisst mir nicht, was mir passiert ist. Jeden Tag habe ich einfach nur Pech. Erst letztens war es so, ich wollte mittags Döner essen gehen und stand vor der Kasse. Dann wollte ich ganz gechillt meinen Döner bezahlen, bis ich bemerkt habe, ich habe meine 10 Euro verloren. Dann starrte mich die Kassiererin ganz komisch an und ich habe ganz panisch mein Geld weitergesucht. Nach einer Weile habe ich zur Kassiererin gesagt, warte mal Bitch. Und dann bin ich ganz schnell zu meiner Mutter hingedüst und habe nach Nachschub gefragt. Natürlich habe ich es auch bekommen, Hashtag YouTube Money. Und ja, dann bin ich natürlich wieder hingegangen und habe ganz gediegen meinen Döner abgeholt. Das, was ich euch eigentlich mit dieser Geschichte erklären wollte, ist, ich habe momentan einfach viel zu viel Pech. Meine Mutter wollte das Jugendamt rufen, weil ich den ganzen Tag vor dem PC saß. Ich werde täglich gededost, weil ich so geil bin. Und meine Mutter, die macht mir nie was zu essen. Ich fühle mich wie die Penner vom Edeka, die täglich Alkohol konsumieren. Ich fühle mich einfach wie ein verzweifeltes Flüchtlingkind. Mit viel ADHS und einer großen negativen Ausstrahlung. Das Schönste an der ganzen Sache war, dass ich mein Döner penetrant in der Ecke essen durfte. Nur zur Information, Leute. Der Döner hat nicht lecker geschmeckt. Passt auf, wenn ihr nächstes Mal in eine Dönerbude geht. Denn nicht jeder kann einen Döner mit Liebe zubereiten. Nach dem Döner war ich natürlich sehr durstig und wollte mir einen Schokodrink gönnen. Ich bin natürlich dann zur nächsten Bäckerei gegangen. Das, was ich da gesehen habe, war einfach nur unfassbar. Einfach nur unfassbar. Diese Bäckerei hatte einfach nur noch so billige Kaffeedrinks zur Verfügung. Ihr wisst einfach nicht, wie ich Kaffeedrinks hasse. Das dort kann jetzt nicht Sinn. Heute ist Sonntag, das hält ich dir all dir zu. Dann habe ich an die Tankstelle Kackertrink und das noch auf der Flasche, Alter. Ich rach komplett aus, ich rach aus. Wie, was ist denn los, wenn ich das nächste Mal komme und du gäbst kein Schokodrink aus dem Tetra-Pack? Da knallt's, hast du mich verstanden? Schokodrink wie immer, du Arschloch!